Wenn man das jetzt aus einer praktisch-theologischen Perspektive interpretiert, wird man feststellen, die Erfahrungen, die diese Menschen machen mit ihren unterschiedlichen Migrationserfahrungen, sind geprägt von Leid, Not, Elend, Armut, der Erfahrung, dass man ein Opfer wird. Und man sieht dann, und das Resultat sind die biblischen Texte, dass diesen Erfahrungen Sinn buchstäblich abgerungen wird. Ich würde gerne beginnen mit ein paar Vorbemerkungen, warum sich Christen und Christinnen mit Migration beschäftigen müssen. Dann ein paar empirische Einblicke aus meiner Werteforschung geben zu antimigrantischen Einstellungen bei Christinnen. Ich möchte dann zeigen, dass Migration eine ganz zentrale Matrix des biblisch bezeugten Glaubens ist, wenn es sich ausgeht, ein bisschen eine Sicht des katholischen Lehramts auf Migration eröffnen und abschließend überlegen, was Christen und Christinnen vor diesem theologischen Befund einbringen können. Zur Frage, warum sich Christinnen mit Migration beschäftigen müssen. Migration ist aus einer theologischen Perspektive nicht nur eine soziale, politische, rechtliche, ethische Frage, auch nicht nur eine Frage der Technokratie, wie man das Phänomen quasi bewältigen kann, sondern zuallererst eine theologische Herausforderung. Das heißt, dass sich vor der Frage, was zu tun ist, die Frage stellt, was denn der Sinn oder worin denn der Sinn und die Bedeutung des Phänomens Migration aus der Sicht des Glaubens bestehen, also eine Art auch geschichtstheologischer Perspektive. Und die ethischen und rechtlichen Konsequenzen sind so gesehen erst eine Folge, eine Konsequenz auf der Basis der Zuschreibung von Sinn und Bedeutung zum Phänomen Migration. Weil nämlich Sinn-Narrative entscheidend sind, wie man dann handelt. Also es macht einen Unterschied, ob man Migration in den öffentlichen Narrativen als Bedrohung präsentiert oder als Strafe, das geschieht bei uns nicht, dazu gibt es aber in der Geschichte und gerade auch in der biblischen Tradition durchaus eine Interpretationslinie, ob man Migration als Heilsweg betrachtet, so ist es zum Beispiel in der Heiligen Schrift. Entscheidend ist, welchen Sinn schreiben wir dann Migration zu oder den Migrationsphänomenen zu, weil wir, und das habe ich beim Historiker Walter Pohl gelernt, weil Gesellschaften, die keine Narrative über große geschichtliche Phänomene haben, auch nicht wirklich handlungsfähig sind, beziehungsweise bestimmte Sinn-Narrative dann auch bestimmte Handlungskonsequenzen nach sich ziehen. Eine zentrale Botschaft, die ich Ihnen hier mitgeben möchte und auch dann ausführen werde, ist die Tatsache, dass wir in der Regel sesshaften Christinnen hier in Europa den christlichen Glauben Menschen mit Migrationserfahrungen verdanken und sich von daher die Frage stellt, was bedeutet das denn für sesshafte Menschen. Wichtig ist mir auch vorweg zu sagen, dass man aus den bibeltheologischen und lehramtlichen Aussagen keine unmittelbaren rechtlichen und politischen Konsequenzen für die aktuelle Situation ableiten kann. Da ist ein großer historischer Gap zwischen diesen Texten, insbesondere den biblischen Texten und heute. Wohl aber, und das ist der Beitrag, den eine theologische Perspektive eröffnen kann, eine Wahrnehmungsperspektive aus der Sicht des Glaubens zum einen und damit untrennbar verbunden normative, formale Kristallisationspunkte, also quasi ethische Orientierungsrahmen, die allerdings formalen Charakter haben und die man dann inhaltlich im Gespräch mit Migrationsexperten und, und das ist spezifisch, auch gemeinsam mit Migranten und Migrantinnen füllen muss und eben auch mit Rechtsexperten zu dieser Frage. Leider ist es so, dass quasi das hohe Ideal oder die Vision, die jetzt auch die biblische Tradition zum Thema Migration eröffnet, nicht unbedingt gedeckt ist in den Bevölkerungen in Europa. Wir haben uns das im Rahmen der Europäischen Wertestudie angeschaut und haben festgestellt, dass Glaube und Kirchlichkeit sich auf die Einstellungen zu Migranten sehr ambivalent auswirken können, sowohl positiv als auch negativ. Das heißt, dass Glaube und Kirchlichkeit auch nicht automatisch vor antimigrantischen Einstellungen schützen. Es ist wirklich die entscheidende Frage, welche Art und welche Form von christlichen Glauben habe ich und wie gebildet oder nicht gebildet ist dieser. So hat sich bei der Europäischen Wertestudie gezeigt, dass Befragte, die sich selbst einer christlichen Konfession zuordnen, orthodoxe, katholische, protestantische, wir haben uns das differenziert auch angesehen, mit höherer Wahrscheinlichkeit höhere Werte beim Autoritarismus, bei der Homophobie, bei der Ablehnung von Migranten und Muslimen als Nachbarn und beim Wunsch nach kulturell homogenen Gesellschaften zeigen, wenn, und da gibt es ein paar Faktoren dazu, eine bestimmte Art von Religiosität sich anzutreffen ist. Das heißt, Personen, die eine exklusivistische Religiosität haben und gleichzeitig keine soziale Praxis und keine institutionelle Zugehörigkeit zu den Kirchen haben, da ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Personen, diese religiösen Personen, Migranten, Muslime und überhaupt Personen, die anders zu sein scheinen, ablehnen. In Osteuropa kommt noch einmal dazu eine nationalistische Einstellung, die dieses Mindset dynamisiert. In diesem Kontext und bei diesen Personen, also bei Personen ohne Praxis, mit Zugehörigkeit und mit einem exklusivistischen Religiositätsverständnis dient dann ein christliches Selbstverständnis nicht so sehr als Lebensform oder als Lebensgestaltungsweise, sondern als abstrakter kultureller Identity-Marker zur Ab- und zur Ausgrenzung anderer Menschen. Andersrum ist es so, dass bei Menschen, die sich als religiös bezeichnen und die eine aktive soziale Praxis haben, das muss nicht unbedingt Flüchtlingspraxen sein, aber sie müssen sozial aktiv sein und sich engagieren und die der Kirche zugehörig sind, die Ablehnung von Migrantinnen auch signifikant geringer ist als beim Durchschnitt der Bevölkerung. Ein anderes empirisches Ergebnis bestand in der Beobachtung, dass die Ablehnung von Juden, Muslimen, Migranten, Fremden, das hängt auch ganz eng zusammen, jetzt auch soziologisch messbar, die zentrale Brücke zu antidemokratischen Einstellungen ist. Der Professor Kirch hat das ja vorher auch schon angedeutet. Die Frage nach der Migration ist eine eminent demokratiepolitische Frage und das findet sich auch und gerade bei Menschen, die sich selbst als religiös und christlich bezeichnen. Das heißt, die Einstellung zu Migrantinnen ist auch empirisch belegbar, ein entscheidender Faktor, ob jemand pro- oder antidemokratische Einstellungen hat und dies gilt auch für Christen und Christinnen, die nicht alle unbedingt jetzt eine biblisch bezeugte Form des Glaubens haben. Nun, wie schaut das aus mit Migration als Matrix des biblisch bezeugten Glaubens? Da zeigen uns die Bibelwissenschaftler zunächst, dass die Bibel über weite Strecken sogenannte Migrationsliteratur ist. Das heißt, sie entsteht in unterschiedlichen historischen Kontexten als eine theologische Reflexion von Migrationserfahrungen, wie zum Beispiel Flucht, Vertreibung, Deportation, Leben im Exil, Leben als Fremde im Exil, in der Diaspora. Man lernt das im Studium als sogenannten historischen Hintergrund der Texte. Diese Gruppen, das Volk Gottes, wenn man es theologisch sagt, hat im Exodus erlebt, hat im babylonischen Exil gelebt, hat im Imperium Romanum gelebt. Dieser Hintergrund ist nicht nur eine Sachinformation, sondern ist für die Personen, die diese Texte dann auch geschrieben haben, der lebensweltliche Vordergrund. Und das muss man aus meiner Perspektive auch theologisch ernst nehmen. Wenn man das jetzt aus einer praktisch-theologischen Perspektive interpretiert, wird man feststellen, die Erfahrungen, die diese Menschen machen, mit ihren unterschiedlichen Migrationserfahrungen, sind geprägt von Leid, Not, Elend, Armut, der Erfahrung, dass man ein Opfer wird. Und man sieht dann, und das Resultat sind die biblischen Texte, dass diesen Erfahrungen sinnbuchstäblich abgerungen wird. Die Fragen, die sich die Verfasser dieser Texte also gestellt haben, waren, was bedeuten die Ereignisse, die uns hier widerfahren sind, das Leben im Exil, die Flucht aus dem Sklavenhaus Ägypten, das Leben im babylonischen Exil, was bedeutet das aus der Perspektive unseres Glaubens, was möchte Gott von uns, was müssen wir angesichts der Situation, in der wir uns befinden, lernen, und vor allen Dingen, was müssen wir tun, damit es besser wird und dass solche Katastrophen nicht mehr passieren. Jüngere Bibelwissenschaftler sprechen daher in diesem Zusammenhang auch davon, dass wir es insbesondere bei den Texten im Alten Testament, aber teilweise auch im Neuen Testament, mit einer sogenannten Traumaliteratur zu tun haben, also Texten, die diese migrationsbedingten Traumata bearbeiten, produktiv bearbeiten, oder sie sprechen von Resilienzliteratur, also Texten, die dabei helfen, in, und das sind eben jetzt nicht allgemeine Leidenssituationen, sondern sehr oft Situationen, die mit Migrationserfahrung zu tun haben, wie die Widerstandserkraft und die Hoffnung stärken können. Das Spannende ist an diesen Texten, dass wir es hier zu tun haben mit Migrationserfahrungen aus der Sicht von Migranten, sogenannten Fremden, die zunächst Opfererfahrungen machen und dann mit der Hilfe Gottes wiederum zu Aktiven, zu Akteuren, zu handelnden Personen ihrer eigenen Geschichte werden und sich keinem Schicksal ergeben. Wir finden dann in diesen Texten nicht nur die eine Migrationstheologie, das macht es dann auch bei der Interpretation und beim Überlegen, was das für heute bedeutet, spannend, sondern eine Vielfalt an Migrationstheologien, also beispielsweise die Erzählung des Exodus interpretiert die Erfahrung der Flucht als Befreiung. Ist ja nicht selbstverständlich. Oder im babylonischen Exil wird das Leben in der Diaspora nach der Zerstörung Israels und dem Leben ohne Heimat interpretiert von den Migranten unter Anführungszeichen selbst als Konsequenz der Untreue zu Gott und zu seinem Ethos und zu seinem Recht. Also wir haben quasi Gott vergessen, wir haben ihn nicht mehr angemessen verehrt und wir haben seine Rechtskorpora, seine Rechtsvorstellungen nicht ausreichend beachtet, es hat zu viele Arme gegeben. Oder bei Jesus und seinen Anhängern finden wir immer wieder Texte, die die Tatsache reflektieren, dass das eine Bewegung war, die auch mobil war, es war ein Wanderprediger und auch diese Erfahrungen spiegeln sich in den Texten wieder, wenn davon die Rede ist, dass die ersten Christinnen, die ja Judenchristinnen waren, Pilger sich selbst als Pilger verstehen, als Fremde und Gäste auf Erden verstehen, der Glaube als ein Weg beschrieben wird. Wir verwenden das, also zumindest ich, ich bin eine Sesshafte, sehr oft ja nur metaphorisch, für diese Personengruppen war das eine durchaus reale Lebenserfahrung. Oder auch die Apostelgeschichte beschreibt, wie sich der christliche Glaube dann verbreitet hat auf dem Weg von Migrationsbewegungen und das, was wir heute als Verpflichtung zur Mission verstehen, ist eigentlich eine theologische Reflexion auf die Erfahrung von Migration, weil sich zeigt, dass sich auf dem Weg, auf dem Unterwegssein, das mit vielen Gefahren und Konflikten verbunden ist, der Glaube dann auch tatsächlich verbreitet hat. Das heißt, man könnte zusammenfassend sagen, dass Migrationserfahrungen in vielen Texten der Heiligen Schrift ein Lernort sind und in diesem Sinn ein Locus Theologicus, also ein theologiegenerativer Ort, wobei Lernen hier ein ganzheitliches Lernen ist, wo quasi Menschen in Bewegung im Kontext von mehr oder weniger leidvollen Migrationserfahrungen Glauben lernen als Zeitwort und nicht als Vorstellungswelt, kultische Regeln entwickeln, ethische Regeln entwickeln und Rechtsvorstellungen entwickeln. Das heißt, wir verdanken unseren Glauben den Opfern von Erfahrungen im Umfeld von Migration und der Erfahrung selbst in einer Mehrheitsgesellschaft, würde man heute sagen, fremd gewesen zu sein. Und von daher hat der christliche Glaube eine Migrationsmatrix, die eigentlich auch uns sesshafte heute einerseits prägen könnte und vielleicht auch hilfreich wäre aufgrund der Erfahrung, dass wir ja auch heute in unseren Selbstverständlichkeiten kirchlicherseits aus gewissen Sicherheiten vertrieben werden. Also zum Glauben gehört immer auch der Aufbruch. Glaube ist nicht nur Heimat, sondern heißt auch immer wieder Neue aufbrechen müssen, nicht unbedingt immer freiwillig, bedeutet vertrieben werden aus Selbstverständlichkeiten. Auch das Fremdsein gehört konstitutiv zu einem christlichen Selbstverständnis. Glaube ist Heimat, wobei der Heimatbegriff bereits im Alten Testament, aber dann auch im Neuen Testament eigentlich entnaturalisiert oder auch entgeografisiert wird und zu einem personalen Begriff wird. Also Heimat, das sind die Beziehungen zu den anderen Menschen, zu meiner Gemeinde und zu Gott, mit denen ich gemeinsam lebe. Gleichzeitig ist die Bibel kein Handbuch, aus dem man jetzt quasi unmittelbar Fremdenrecht, Asylrecht, Migrationsethik oder Migrationspolitik ableiten kann. Das geschieht leider immer wieder. Weil zum Beispiel der Begriff des Fremden in Texten des Alten Testaments zunächst kein kultureller Begriff ist, so wird er ja mehrheitlich in unseren öffentlichen Diskursen verwendet, sondern ein politisch-rechtlich-anthropologischer Begriff ist und auch deshalb, weil es in der Bibel keine Nationalstaaten gibt, keine Kontrolle der sogenannten Migrationsströme, keine Grenzregime, keine Migrationsregime, es gibt damals keine Pässe und vor allen Dingen war die Bevölkerungszahl damals doch deutlich geringer. Also das kann man nicht eins zu eins auf heute übertragen. Aber wie gesagt, es lassen sich normative Kristallisationspunkte ausmachen, die, wenn wir sie im Dialog mit Migrationsexperten inhaltlich fühlen, es uns ermöglichen, als Christen und Christinnen uns da auch innovativ, zum Beispiel bei der Entwicklung von Rechtsvorstellungen, einzumischen. Welche Themen werden angesprochen in diesen biblischen Migrationstheologien? Anthropologische Fragen, wer ist der Mensch? Da erzählt uns ja schon Genesis, ich glaube, es weiß das jetzt, dass der Mensch verstanden wird als ein aus dem Paradies vertriebener Fremder auf Erden. Auch da spiegelt dieser priesterschriftliche Text quasi die theologische Reflexion von Migrationserfahrung wieder, das Volk Gottes, das unterwegs ist zum Reich Gottes, zum eschatologischen Reich Gottes und das mitverantwortlich ist für dessen Werden. Wir finden Überlegungen dazu, wie man mit Fremden umgeht, ein ausgefeiltes Fremdenrecht, aber auch durchaus fremdenfeindliche Texte, die werden sehr oft dann peinlich verschwiegen. Überlegungen dazu, wie eine gerechte Gesellschaft aussieht, in der Fremde Rechte haben. Das scheint mir auch etwas zu sein, was ganz charakteristisch jetzt für den biblischen Textkorpus ist, im Vergleich mit anderen Rechtskooperat dieser Zeit, dass das Recht des Fremden hier eine ganz zentrale Rolle hat. Also in Leviticus zum Beispiel wird viel übernommen aus der Umgebung, aber wenn es ums Fremdenrecht geht, findet man regelmäßig Stellen, wo Gott sehr zornig wird, wenn die Rechte der Fremden verletzt werden. Und auch Überlegungen, wie man in Verschiedenheit zusammenlebt. Das heißt, Migration ist ein Motiv und ein Lernort des Glaubens in der Bibel und ist ein Ort des religiösen, des ethischen und des rechtlichen Lernens im Kontext der Reflexion von erlebter Geschichte. Das zeigt sich dort natürlich jetzt nicht als Migrationsforschung oder als sachlich abstrakter Text, sondern in einer Vielfalt von Formen wie Erzählungen, Gebete, Psalmen, Rechtstexte, ethische Normen. Lesen Sie mal die Texte der Heiligen Schrift unter der Perspektive, wie oft und wie regelmäßig und wie grundlegend sich hier Migrationserfahrungen widerspiegeln oder eben reflektiert werden. Der Glaube, der in der Bibel bezeugt wird, ist also eine Lernfrucht von Menschen, die im Kontext von Migrationserfahrungen wirklich zum Teil brutale Leidenserfahrungen machen, daraus Sinn gewinnen und daraus ethische, politische und rechtliche Konsequenzen ziehen. Ich halte das persönlich eigentlich für eine geistige Revolution, die wir da beobachten können, die man heute gar nicht mehr so wahrnimmt, weil wir in unseren sesshaften Gemeinden die Schrift anders lesen. Das wirklich Spannend, für mich wirklich Spannende ist, dass wir es hier eigentlich nicht mit Helden- und Siegergeschichten zu tun haben, auch wenn sich solche Motive dann natürlich immer wieder drin finden. Also die Verfasser wollen dann auch so sein wie andere starke Völker. Aber der rote Faden ist eigentlich, sind Erzählungen und Texte von Menschen, die Opfererfahrungen gemacht haben und das wiedergewinnen, was man in der Sozialwissenschaft Agency nennt. Und diese Autoren, Verfasser, Migranten und Migrantinnen verstehen sich selbst, äußerst selbstbewusst als Treiber der Geschichte, erheben sogar den Anspruch, die Geschichte zu deuten, ihre Richtung zu deuten, mit Gott gemeinsam. Und sie sind auch, das ist ein Gedanke oder sind Thesen, die sowohl der Jan Aßmann als auch der Eric Nelson in der Hebrew Republic gezeigt haben. Sie sind eigentlich genau genommen die Erfinder jenes Demokratieverständnisses, das wir heute haben, weil dort am Berg Sinai als Gott seinen Bund mit diesen geflüchteten Menschen, aus Ägypten geflüchteten Menschen schließt, weil da wirklich das gesamte Volk vertreten ist und nicht nur wie im griechischen Demokratieverständnis die Oberschicht. Im Weiteren werden migrationstheologische Motive in diesen Texten immer wieder herangezogen, um dann jeweils zeitgenössische Leidenserfahrungen zu interpretieren. Also wir können bei diesen Texten auch zuschauen, wie das Volk Gottes lernt, als Fremde zu leben und mit Fremden zu leben. Im Zentrum steht die Erfahrung, immer wieder kommt das vor, das müsst ihr tun, weil ihr selbst Fremde gewesen seid und von daher erschließt sich auch die besondere Sensibilität für ausgeschlossene, marginalisierte und rechtlose und deren Würde, würden wir heute sagen, so wie der Herr Professor Kirchhoff das ja auch sehr schön herausgestrichen hat. Das ist an sich kein biblischer Begriff. Im Biblischen ist es die Einzigartigkeit und Unverwechslbarkeit jedes einzelnen Menschen, der ja auch in Genesis 1 als Repräsentatio Dei in der Welt verstanden wird. Jeder einzelne Mensch, nicht nur der Pharao. Gleichzeitig und damit verbunden gehört dann zu dieser Migrationsmatrix die unbedingte Verpflichtung, sich dieser Geschichte immer wieder zu erinnern und sie immer wieder neu zu lernen und im Kontext der jeweiligen geschichtlichen Ereignisse, in denen man sich jetzt vorfindet, neu zu interpretieren. Auch die sesshaften Judenchristen übernehmen dann diese Matrix, diese Migrationsmatrix zur Deutung ihrer eigenen Leidensgeschichten, denn im sogenannten Hintergrund, der ja der Vordergrund war für die Verfasser auch neutestamentlicher Texte, beispielsweise auch der Evangelien, finden sich ja auch handfeste Leidenserfahrungen wie zum Beispiel die Tempelzerstörung, der verlorene Krieg gegen die Römer, die Frage, was tun wir jetzt, wenn dieser Tempel zerstört ist, die Erfahrung im Imperium Romanum verfolgt gewesen zu sein, die Erfahrung in der Diaspora zu leben, da wenig Rechte zu haben, diskriminiert zu werden. Von daher ist, wie ich schon gesagt habe, verständlich, wie dann solche Begriffe wie Gäste und Fremde auf Erden quasi als theologische Reflexe, aber eben nicht so spiritualisiert, wie wir das heute teilweise machen, sich wiederfinden und die Erinnerung daran, dass Aufbruch und Vertreibung aus vertrauten Gewohnheiten und Erfahrungen von Diaspora und Fremdheit konstitutiv zur christlichen Existenz werden und deswegen kann Migration auch heute ein Lernort des eigenen Glaubens werden. Also das ist nicht nur etwas, das wir jetzt quasi bewältigen und schaffen müssen, sondern es ist eigentlich eine Möglichkeit, selber den eigenen Glauben neu vertieft lesen, leben und verstehen zu lernen. Wir haben, also nicht wir, sondern die Deutsche Bischofskonferenz, der Rat der Evangelischen Kirchen und die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland hat 2021 einen Behelf herausgegeben zu diesen ganzen Themen Migration, menschenwürdig gestalten. Ich war da die theologische Beraterin gemeinsam mit einer evangelischen Neutestamentlerin und wir haben da einen eigenen theologischen Text auch darin verfasst, das lese ich jetzt nicht vor, mit vielen unterschiedlichen Themen. Ich möchte drei Themen herausgreifen, die wir da bearbeitet haben. Zum einen, wie bereits angekündigt, die fremden Gesetze, was man quasi daraus auch lernen kann. Auch da sieht man, dass sich die fremden Texte und ihre Auslegung im Lauf der Geschichte Israels durch permanente Reinterpretation im Kontext zeitgenössischer Leidenserfahrungen und das sind meistens Kontrasterfahrungen, immer wieder neu weiterentwickeln und auch verfeinert werden. Wir finden unterschiedlichste Begriffe für den Fremden. Ich kann nicht alle aufführen, aber die beiden Zentralen sind die Gerim, also eigentlich muss man sagen, Toscha wie im Gerim, also die sesshaften, die ansässigen Fremden. Das waren vorexilisch Fremde aus Judah und Israel, die ihr Haus verlassen mussten oder aus Nachbargebieten geflohen waren und dann in Orten leben mussten, wo sie weder Haus noch Land besaßen, also faktisch vollkommen schutzlos waren. Hier entstehen dann die ersten Schutzrechte, wie zum Beispiel das Recht auf Nachlese, das Recht auf Teilhabe bei den Festen, ohne heute würde man sagen konvertieren zu müssen. Die Verpflichtung der jeweiligen Ortschaft, der jeweiligen Gemeinde zum Zehnten und es ist die gesamte Gemeinde, die gesamte Ortschaft verantwortlich für diese Gerim. Es gibt aber auch die No-Grim, auch die Fremden, das sind dann die Fremden, die aus einem anderen Volk kommen. Es sind auch die wirtschaftlichen und sozial unabhängigen Ausländer, die keine Schutzrechte brauchen und in diesem Kontext tauchen dann nicht selten fremdenfeindliche und sehr ablehnende Texte aus. Es gibt aber auch das Buch Ruth oder das Buch Jona, wo der Begriff der No-Grim verwendet wird und da korrigiert sich quasi innerhalb des biblischen Textkorpus die Bibel selber oder zeigt auch eine andere Möglichkeit, denn in diesem Fall ist von Fremden die Rede, die quasi, weil sie Gottes Willen tun, dann zu Gott gehören. Also, dass quasi nicht die ethnische oder die religiöse Zugehörigkeit entscheidend ist für die Zugehörigkeit zum Volk Gottes, sondern die Treue zu Gott und der Tora, ein Gedanke, den auch Jesus dann aufgreift, wenn er in der Begegnung mit seiner eigenen Familie sagt, dass das quasi zu ihm gehört, wer Gottes Willen tut und nicht, wer mit ihm den Blutenachverwandt sind. Also alles sehr subversive Texte. In den ältesten Texten des Bundesbuches wird dann in Bezug auf Fremdenrechte vor allen Dingen auf die wirtschaftliche Ausbeutung fokussiert und im Deuteronomium, also in den späteren und ich finde hochelaboriertesten Texten, finden wir dann sogar ein Reformprogramm zur sozialen und ökonomischen Integration von Fremden und nach Exilis entsteht ein Fremdenrecht mit relativ hoher Gleichberechtigung für Fremden. Also es gelte für dich das Recht des Fremden und das Recht des Ansässigen soll gleich sein. Also man sieht auch hier eine innere Entwicklung und ich lese das auch als eine Aufforderung, hier immer wieder in diesem biblischen Geist weiterzudenken. Der springende Punkt ist, dass die entscheidende Frage nicht die kulturelle Diversität ist, sondern die soziale Not des Fremden der Anlass ist, über die Situation von Fremden nachzudenken und dass der Fremde quasi die soziopolitische Unrechtsordnung, die es auch im eigenen Volk geben kann, nachzudenken und von daher quasi Fremde wie ein Spiegel wären, deren Situation dazu anregt, Gesetze zu verändern, sodass rechtlose Fremde sozialen und rechtlichen Schutz erfahren können, am Gemeinwesen teilnehmen können. Also der Begriff Integration ist kein biblischer, aber der Sache nach lässt sich das quasi durch viele Rechte und Gesetze und Normen zeigen, die darauf Wert legen, dass die sogenannten Fremden dann auch aktiv teilhaben können, partizipieren können am Gemeinwohl und so entsteht dann lernend die Vorstellung einer gerechten Gesellschaftsordnung, in der niemand mehr den Fremden und den, also zu den Fremden und zu den Armen gehören muss. Das ist die große Vision des Deuteronomium. Das Fremdenthema ist also weniger ein kulturell formatiertes Thema, sondern hängt zentral mit Fragen von Armut und sozialer und rechtlicher Teilhabe zusammen. Der Fremde, also der Gär, die Gärin, ist also ein rechtlich-politischer Terminus, verbunden mit einem theopolitischen Programm, das hat die Donatella di Cesare sehr schön herausgearbeitet, die, und das ist dann das Subversive und der Stachel im Fleisch für Sesshafte und wahrscheinlich auch Sesshafte heute, wo eigentlich in den Texten die Vorstellung von sogenannten Autochtonenrechten subversiv aufgehoben wird, weil dann auch immer wieder darauf hingewiesen wird, speziell auch in Leviticus und das ist das zentrale Gesetzbuch, das Land Gott gehört und beide, die quasi vorher Ansässigen und die Fremden Ansässigen, die werden auch im Hebräischen mit dem selben Wort bezeichnet, quasi nur gemeinsam auf dieser Erde wohnen können. Beide sind Toschavim, beide sind Ansässige, nur mit unterschiedlichen Herkünften. Von daher erinnern die biblischen Rechtstexte zu den Fremden, die Ansässigen daran, dass auch sie einst Fremde waren, dass auch sie von der Sklaverei befreit wurden und nun auf der Erde ein Gastrecht haben, ein Wohnrecht haben, aber kein Besitzrecht haben. Das heißt, ein und dasselbe Gesetz soll für beide gelten und Levitikus 19,34 setzt von daher völlig konsequent auch sprachlich bis in die Formulierung hinein die Nächstenliebe und die Fremdenliebe gleich. Jesus greift das auf als Jude, lebt aus dieser Tradition und auch bei ihm kann man sehen, dass er seinen Umgang mit Fremden, also Personen, die nicht zum Volk Israel gehören, auch erst lernen muss. Das hat da Willi Brunners finde ich sehr schön herausgearbeitet. Auch er muss erst lernen, dass seine Sendung an alle gerichtet ist. Ich erinnere an die Erzählung von der Syrophonie zwischen der kanalischen Frau, Hauptmann von Kafanaum, die Samariterin am Jakobsbrunnen, da ist Jesus ja zunächst eher mit vorbehalten und erinnert sich dann quasi, so lese ich das, an seine eigene jüdische Tradition, die von Anfang an diesen universalen Impetus hat und wie gesagt im Markus- und im Matthäus-Evangelium immer wieder der Hinweis, dass erst das Handeln gemäß dem Willen Gottes über die Zugehörigkeit zum Volk Gottes entscheidet. Nächsten- und Fremdenliebe sind in diesem Zusammenhang dann nicht bloß ethische, sondern auch tatsächlich rechtliche Kategorien, die sich auf das Handeln beziehen und was jetzt quasi eine weitere Interpretationsrichtung dann im Neuen Testament von Jesus ist, es kommt in der Erzählung von barmherzigen Samariter sehr schön zum Ausdruck, hier wird quasi nicht definiert, wer denn jetzt ein Fremder ist, da wird er ja gefragt, na wer ist denn mein Nächster, und biblisch gedacht heißt das immer auch, wer ist der nächste Fremde, um den ich mich kümmern muss. Jesus verweigert hier eine objektive Definition, sondern überantwortet die Entscheidung, wer der Nächste ist, zur ethischen Entscheidung dessen, wer vor der Situation steht, helfen zu sollen oder auch nicht. Er fragt, wer von den Dreien meinst du, ist dem, der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde. Also keine objektive Definition, sondern in der Form einer Frage wird dann natürlich auch der heutige Leser, die heutige Leserin dazu angehalten, diese Entscheidung ethisch zu treffen. Vom Turmbau zu Babel war schon die Rede, das haben wir als Beispiel aufgegriffen, um über die Frage der Vielfalt zu reflektieren. Das sehe ich ein bisschen anders als der Herr Kollege Kirchhoff im Anschluss an den Jürgen Ebach, einen evangelischen Alttestamentler, Bibelwissenschaftler, der auch sehr stark von der Rezeption jüdischer Exegese herkommt. Wir halten das für ein sehr realistisches Bild der Herausforderung im Umgang mit Pluralität. Pluralität ist zwar nämlich einerseits ein Faktum von der Genesis an, aber sie wird nicht idealisiert oder romantisiert, sondern es ist gerade in dieser Geschichte von Turmbau zu Babel schon sehr klar, dass das auch mit Schmerz, Leid und Schwierigkeiten verbunden ist, die verstehen einander ja nicht. Ebach und auch die jüdische Tradition lesen den Turmbau zu Babel eigentlich als Kritik jeglichen imperialen Versuchs, die Einheit der Menschheit über eine Einheitssprache oder über ein Einheitsdenken zu erwirken und nachdem Gott den Turm ja zerstört, auch quasi die Ablehnung jeglicher Projekte, wo sich einzelne Menschen einem übergeordneten imperialen Projekt unterordnen müssen, weil eben die Einzigartigkeit des einzelnen Menschen dadurch bedroht oder vielleicht sogar zerstört werden kann. Also Pluralität ist Normalität und konstitutiv für die Schöpfung, aber quasi der Versuch aus eigener Kraft übergeordnete imperiale Projekte zu erschaffen, das wird durchgängig kritisiert und die Vielfalt der Sprachen, die dann entsteht, ist weniger eine Strafe infolge von Hybris, das Wort Strafe kommt in dem Text gar nicht vor, sondern die jüdische Tradition und auch der Jürgen Ebbach lesen das als Schutz und Befreiungs Maßnahme Gottes. Geschützt wird durch die Zersplitterung der Sprachen, da steckt schon auch die Erfahrung drin, dass das schmerzhaft ist, aber dennoch wird so die Einzigartigkeit des Einzelnen geschützt, die Vielfalt der Menschen geschützt und es ist klar, dass Einheit nicht Uniformität bedeutet, nicht auf Identifikation und restlose Anpassung zielt, sondern auf gleiche rechtliche Teilhabe, die ja dann vor allen Dingen im Alten Testament sehr ausführlich entfaltet wird. Natürlich ist es zugleich eine schmerzhafte Erfahrung, weil man dazu genötigt ist, die Sprache des Anderen verstehen zu lernen, aber auch da spiegeln sich Erfahrungen von Migranten und Migrantinnen in dieser wunderbaren Geschichte wieder. Das Pfingstereignis wird das dann weiter führen und wird dann vom Pfingstwunder berichten, wo quasi, da wird ja auch erzählt, es kommen aus allen Völkern Menschen nach Jerusalem, die einander plötzlich verstehen, aber die Pointe ist, die Einheit entsteht, wenn alle die eine Botschaft des Geistes in ihrer eigenen Sprache hören und verstehen, also gerade kein Uniformisierungsvorgang. Das dritte Beispiel, mit dem wir uns beschäftigt haben, war die Frage, was heißt das, wenn jetzt quasi so viele Texte aus der Heiligen Schrift eigentlich Perspektiven aus einer migrantischen Sicht sind, was heißt das für Europa? Da haben wir in der damaligen Kommission sehr viel darüber diskutiert, die Schlussfolgerungen waren durchaus umstritten, weil eine der Ideen waren, kann man hier quasi einen Analogievergleich Europas mit Ägypten machen. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Was dafür spricht, ist quasi, dass Ägypten ja auch im Alten und im Neuen Testament, siehe Flucht nach Ägypten, durchaus ambivalent beschrieben wird, weil es einerseits ein Ort der Rettung ist, also auch im Neuen Testament, Jesus wird in Ägypten gerettet, wenn das Juden lesen, hat das eine enorme Bedeutung, weil es heißt, auch Israel kann versagen, während quasi das ehemalige Sklavenhaus dann ein Ort der Rettung wird. Die Josefs Geschichte erzählt eine klassische Migranten Aufstiegs Geschichte. Ägypten war, wie man auch weiß, ein hoch zivilisiertes, kulturell hochstehendes Land, ein Reich, und auch, wie die Bibel dann auch erzählt, hat auch vorgesorgt für Krisenzeiten. Aber natürlich war Ägypten auch das Sklavenhaus mit einer fixen gesellschaftlichen Ordnung, die man nicht verändern durfte, und aus dem müssen aus theologischen Gründen die Hebräer ausziehen, weil es ein Ort wirtschaftlicher Unterdrückung, Ausbeutung, Rechtlosigkeit, Leistungssteigerung und einer unverrückbaren hierarchischen gestuften Ordnung war, die dann von allen aufrechterhalten werden muss, und wo insbesondere die unterste Schicht, und zu dieser haben die Hebräer ja gehört, den Preis dafür zahlen müssen, dass diese Ordnung aufrechterhalten bleibt. Die Analogie ist enden wollend, hat Grenzen, weil wir heute andere geopolitische nationalstaatliche Ordnungen haben, weil wir in Europa Menschenrechte haben, Werte haben, Wohlfahrtsstaaten haben, also insofern ist die Analogie nicht so passend, aber quasi aus der Perspektive einer Selbstkritik bietet jetzt quasi die Identifikation mit Europa als technokratisch politische Machtblock doch auch einige Möglichkeiten, zumal dann, wenn viele darauf hinweisen, dass wir doch eine christliche Geschichte haben. Ich sage zum Abschluss vielleicht noch, falls da jetzt der Eindruck entstanden sein sollte, die Heilige Schrift oder biblische Texte oder gar ich würden Migranten oder Migration idealisieren, das ist nicht der Fall, so wäre ich nämlich oft gehört, gerade die Erzählungen im Alten Testament zeigen so oft quasi wie schillernd, moralisch schillernd auch die Mitglieder des Volkes Gottes sind, also Migranten sind nicht automatisch die besseren Menschen, sondern es ist eine spezielle Lebenserfahrung, eine traumatisierende Lebenserfahrung, die offensichtlich bestimmte Entwicklungen in ethischer, rechtlicher und theologischer Hinsicht ermöglicht hat und umgekehrt spielen die Sesshaften sowohl im Alten und in besonderer Weise dann auch bei der Entstehung des Christentums eine ganz wichtige Rolle bei der Entstehung der Kirche. Jetzt bin ich eigentlich schon fast, ich habe meine Zeit sicher schon ausgeschöpft oder wie lang darf ich noch? Sagen wir fünf Minuten Maximo. genau, weil dann komme ich nämlich zum Schluss, das schaffe ich dann nämlich nicht. Die kirchliche Perspektive kann ich ja, die katholische kann ich ja dann nachher einbringen. Aus meiner Sicht steht jetzt diese biblische Perspektive und ich glaube auch die katholische für ein evolutionäres Gesamtprogramm und einen Blick auf Migration, der hier eröffnet wird, der nur schrittweise und ohne Gewalt verwirklicht werden kann. Und was ich so faszinierend finde ist, dass jetzt gerade wenn man quasi die Migrationstheologien herausschält aus den biblischen Texten, sieht man, welche hohe Bedeutung die Gemeinden haben. Also die Kaval oder die Ekklesia, also die konkreten gläubigen Gemeinden, weil das die Orte sind, in denen das Zusammenwohnen und das Zusammenleben zwischen den sogenannten Fremden und den Ansässigen geübt wird. Das ist aus einer biblisch-theologischen Perspektive natürlich nur mit Gottes Hilfe möglich. Also das ist kein Programm, das man jetzt quasi politisch machtvoll durchsetzen kann. Es ist zugleich, wenn man das ernst nimmt, auch gefährlich, weil auch diese Migranten ja auch quasi die Visionen entwickeln, ich finde das Wort ja eigentlich nicht so gut, weil genau genommen sind es Verheißungen, also persönliche Versprechungen Gottes auf eine Heimat in Zukunft, im Alten Testament das gelobte Land, im Neuen Testament dann die Frage nach der Auferstehung, also quasi es gibt eine endgültige Heimat für uns alle, für uns Gläubige. Hier auf Erden ist das Reich Gottes schon im Anbrechen, als eine bestimmte Form auch einer Gesellschaftsordnung, die von Recht und Gerechtigkeit geprägt ist, die jetzt schon entstehen kann und an der die Gläubigen mitwirken. Aber natürlich sind all diese Verheißungen und Visionen gefährlich, weil sie subversiv oder manchmal auch sehr direkt alle Ordnungen in Frage stellen, die nicht dem Reich Gottes entsprechen und die daher vergehen werden und auch vergehen müssen. Zugleich ermöglichen diese Texte eine Ermächtigungsperspektive, eine Hoffnungsperspektive, also zuallererst für Migranten und Migrantinnen, mir ist das bei meinen Interviews, bei meinen Forschungsinterviews mit geflüchteten Menschen, die Christen waren immer wieder aufgefallen, wie stark jetzt auch gerade auch die biblischen Erzählungen diesen Menschen Kraft und Hoffnung und Mut geben, oft völlig kontrafaktisch und für mich als sesshafte fast schon beschämend, wie stark diese Hoffnung war. Aber es ist auch eine Ermächtigung und Hoffnungsperspektive für all jene, die sich um Integration bemühen, weil sie sich, wenn sie quasi diesen biblischen Narrativ zum Migration wahrnehmen und ernst nehmen, weil sie sich dann als Akteure der Heilsgeschichte wahrnehmen können, die sich an diesem Plan Gottes beteiligen, die Menschheit zu erneuern. Also ich sage es nochmal, Migranten verstehen sich als Treiber der Geschichte und als Akteure den Plan Gottes von der Versöhnung und Wiederherstellung der einen Menschheit zu beteiligen. Diese Sicht ist natürlich mindestens kontrafaktisch, also aus der Welt gefallen. Ganz viele Realitäten sprechen dagegen, aber das ist ein Charakteristikum vieler biblischer Texte. Das kann falsch sein, das ist in jedem Fall wahrscheinlich überfordernd und manchmal erscheint es auch völlig verrückt, aber genau darin eröffnen diese Narrative, diese Texte, diese Gebete, die Psalmen, die Rechtstexte einen transzendenten Sinnhorizont und vor allen Dingen eröffnen sie Zukunftsbilder, die ein alternatives und ein widerständiges Handeln ermöglichen im Angesicht einer sogenannten faktischen Realität. Letzte Folie, was können Christinnen dann einbringen? Sie können daran erinnern, dass Migration ein Lernort für alle ist, nicht nur für die zu integrierenden Migrantinnen, sondern tatsächlich für eine gesamte Bevölkerung. Das bedeutet natürlich auch Umdenken lernen, Perspektivenwechsel. Wir haben in der jüdischen und in der christlichen Tradition die Wörter der Teshuvah und der Metanoia, die Reue und die Umkehr, die Besinnung, die Wahrnehmungsveränderungen, um gemeinsam mit Migrantinnen gemeinsam vor Ort auf der einen gemeinsamen Erde zusammenwohnen zu lernen. Christen können daran erinnern, dass Recht, also die Sprache von Herrn Kirchhoff war, dass jeder Mensch eine Würde hat oder die Sprache der Verfassung ist, der deutschen Bundesverfassung ist das ja. Das ist etwas, was zutiefst biblisch ist. Es gibt keine Ströme, es gibt keine Fluten, sondern jeder Migrant, jeder Mensch in der Bibel hat einen Namen. Das ist auch die Bedeutung dieser sehr, sehr langen Namenslisten, die man immer wieder findet, wo ich mir als Kind gedacht habe, wozu muss ich das alles wissen. Das ist eine Revolution. Jeder Einzelne hat einen Namen, niemand darf vergessen werden. Man kann vermitteln, dass Migration ein Bewährungsort ist für Recht, Politik und Ethik und das quasi jetzt weitergedacht, die internationale soziale Gerechtigkeit, das Streben und diese eine Verwirklichung, quasi eine mögliche Verwirklichung in der Reichgottes Vision gibt. Die Option für die Marginalisierten und Armen wäre eine ganz zentrale politische Perspektive und Kirche und Gläubige wären in diesem Zusammenhang Advokaten dieser Personengruppen. Migration wäre auch ein Impuls, die Selbstverständlichkeit herrschender Ordnungsvorstellungen in Frage zu stellen, so wie das ja auch die biblischen Texte subversiv immer wieder machen und im Sinne der Reichgotteslogik zu transformieren, also andere Narrative zu entfalten, daran zu erinnern, dass Menschen Gäste und Fremde auf Erden sind, dass sie die Erde nicht besitzen, dass sie aber verletzlich sind, dass sie Schutz bedürfen, dass niemand frei von Sünde ist, aber dass Gott diese verletzlichen und zugleich auch immer sündigen Menschen erlösen und befreien möchten, das wäre ein Beitrag zu einer Hoffnung, die nicht optimistisch ist, weil optimistisch bin ich momentan nicht mit Blick auf die zu erwartenden Entwicklungen, aber die Hoffnung, die hier angeboten wird, ist eine gebildete Hoffnung, eine gelernte Hoffnung, nämlich die Hoffnung, dass es möglich ist oder verheißen ist, dass die eine Menschheit in ihrer Verschiedenheit jetzt quasi einen sehr heftigen Impuls bekommt, in Verschiedenheit und Gerechtigkeit zusammenzuleben, zusammenzuwohnen in einer versöhnten Einheit als Verschiedenheit, dass Gemeinden in diesem Zusammenhang sich überlegen können und dürfen und müssen, wie das dann im Konkreten, im Lokalen aussieht, denn die biblische Botschaft besteht auch darin, immer wieder darauf hinzuweisen, das ist kein universal, also quasi kein Fünfjahresplan, den man dann implementiert, sondern das ist die Aufgabe und ereignet sich in konkreten lokalen Gemeinden, dort wird das Realität und sich zu überlegen, wie lassen sich diese zweifelsohne großen Verheißungen und Ansprüche ausgehend von der konkreten Realität in einem immer erst ersten und nächsten Schritt verwirklichen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.